Sieht ja sehr verdächtig aus. Oh je, wenn das ein Klangrätsel ist, dann tue ich mir jetzt schon leid. Oh was? Mir gefällt nicht, was ich da sehe. Das wird doch hoffentlich kein Farbenrätsel. Für so albern halte ich Osiris nicht. Tja, vermutlich doch. Mal schauen, wie war das damals noch? So gut wie neu. Das scheint nicht zu funktionieren. Gibt es hier noch irgendwo was? Ah ja. Ein Klöppel. Ja, damit. Irgendwas habe ich wohl falsch gemacht. Ah, okay. Irgendwas habe ich wohl falsch gemacht. Na gut, alle guten Dinge sind drei. Irgendwas habe ich wohl falsch gemacht. Okay. Dann nehmen wir mal das Pulver. Diese Schale ist leider leer. Okay. Vermutlich handelt es sich um ein Gewürz. Irgendwas habe ich wohl falsch gemacht. Hm. Irgendwas habe ich wohl falsch gemacht. Ach, Mann. Irgendwas habe ich wohl falsch gemacht. Wie war das jetzt? Es scheint nicht zu funktionieren. Irgendwas habe ich wohl falsch gemacht. Ach, Mann. Ich schaff's irgendwann noch. Irgendwas habe ich wohl falsch gemacht. Mann. Mann. Haha. Hey. Es passiert was. Oh, Sir, es hat Sinn für Dramatik. Und Grünes? Irgendwas. Irgendwas habe ich wohl falsch gemacht. Ach, Siel. Irgendwas habe ich wohl falsch gemacht. 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 Diese Schale ist leider leer. So, mal schauen. Ist da einer großen Party? Tafel des Pharao? Nee. Er kommt schon. Ich wette, hier hat der Pharao gesessen. Ach echt. Ach, ne Waschbrett. Können wir auch noch haben. Da war Rotmeer, da ist der Hocker, da ist eine Trommel. Nee, nee, wir bräuchten sowas wie ein Gewürz oder so. Wasser. Na toll. Sag mir jetzt nicht, dass das eine Sackgasse ist oder so. Aha, ne Gabel. Ach, da, Currypulver. Wusste ich's doch. So. Auch für durch muss ich jetzt nicht den ganzen Scheiß nochmal machen. Aber selbst wenn, so ungefähr weiß ich's ja jetzt wieder. Und Asyl blockiert mal wieder den Weg. Super. Nee, nee, du kommst jetzt mal runter hier. So, du Jugos Vorlein. Wir machen jetzt das letzte hier. So, jetzt mal die goldene Mitte. Unglaublich. Wir haben den Quatsch hinter uns. Aber ich befürchte, wir müssen noch mehr solchen Unsinn machen. Wie wird denn jetzt die Verbindung zu Osiris hergestellt? Ach, ich kann's mir vorstellen. So, ich denke mal, Asyl wird was brauchen. Das ist mir jetzt wirklich zu albern. Dann mach ich's eben. Genau. Ich denke, wo ist denn da hin? Also, komm her, Osiris. Hier bin ich. Wo ist mein Gesprächspartner? Wer wünscht mit mir zu sprechen? Ich kann niemand sehen. Wer stört den mächtigen Osiris? Äh, okay, ähm... Wir stören dich, ähm... Was? Jetzt schickt der Pharao schon einen Boten, um mit mir zu reden? Diese Faulheit ist ja wohl nicht mehr zu überbieten. Ähm... Moment. Du musst der Überbringer des Ank sein. Na, immerhin hat der Pharao das Ank wiedergefunden. Hier, nimm diesen Schlüssel zur Unterwelt. Oh, großer Osiris, bitte nimm den Fluch von mir. Fluch? Was für ein Fluch? Moment. Wer bist du überhaupt? Pharao, was ist hier los? Pharao, du taugenichts! Asyl, lass uns von hier verschwinden. Asyl ist also dein Name. Ich werde mir das Ank schon noch holen. Na, danke, Tara. Hoppla. Na nun, hatte ich vergessen aufzulegen? Ossi, altes Haus, was ist denn hier los? Du, nichts nutzt von einem Pharao. Dort ist der Träger des Ank. Bring mir das Ank. Tatsächlich. Wachen? Oh, schade. Oh, oh, oh. Schneller, Asyl. Verschließe die Tür. Toll. Wie sollen wir das denn machen? Hm. Nimm mit. So. Puh, so ein Glück. Jetzt sind wir erstmal in Sicherheit. Ach, der Idiot wieder. Oh nein, der Pharao. Was ist denn hier passiert? Huh. Mein Vater. Bring sie mir. Lebendig. Oh, Mann. Los, wachen, stürmen. Ach, hier geht's raus. Ach, jetzt sind wir bei der Butter. Tara, was machst du? Moment mal, was ist denn das? Diese Schmiererei. Ist das dein Werk? Äh, tja, äh, vielleicht hilfst du mir erstmal hoch? Warte mal, du bist mir nur in den Palast gefolgt, weil du den Pharao diffamieren wolltest? Hilfst du mir jetzt hoch, oder was? Du hast mich da hängen lassen und ich wäre beinahe abgerutscht. Aber wie du vielleicht merkst, habe ich dich da noch rechtzeitig gerettet. Stimmt. Also sind wir mal Kavalier. Halt dich fest! Oh nein! Oh nein. Oh nein. Meine Mutter. Bring sie mir! Tod! Nein. Schnell weg. Nun, also... Na gut, du hast mich benutzt, aber hey, wollen wir trotzdem Freunde bleiben? Es tut mir leid, wenn du ein schlechtes Bild von mir bekommen hast. Ich bin dir nicht nur gefolgt, um dem Pharao zu schaden. Ich habe es auch für... Ach, nicht so wichtig. Werden wir uns jemals wiedersehen? Wer weiß. Wo wirst du hingehen? Ich werde mich erstmal nicht mehr in der Stadt blicken lassen. Aber ich weiß, wo ich hingehen kann. Okay. Mach's gut. Hoffentlich bis bald. Kapitel 4. Die Sonne Kairos. Ja, das war ja mal ein kurzes Kapitel. Asim? Asil? Diesen Namen habe ich doch schon mal gehört. Oh, wie ich es hasse, die Arbeit eines Beamten zu tun. Ich wäre noch ein mächtiger Gott, hätte mein Bruder mich nicht betrogen. Und jetzt muss ich die Seelen der Menschen wiegen, sie aus ihren Körpern schaben. Und dabei ist meine Waage schon seit Jahren kaputt. Ah, toll. Und es landen doch alle in der Verdammnis. Asil. Asil. Natürlich, Asil. Zum Tode verflucht vom Skarabeenkönig, direkt Osiris unterstellt. Er trägt das Ankh. Das Ankh, das Pharao tut after nun, mir eigentlich zurückbringen sollte. Ich werde dem Pharao für seine Nichtsnutzigkeit eine Lektion erteilen. Und diesem Asil werde ich eine kleine Botschaft zukommen lassen. Und damit mir der Pharao endlich das Ankh bringt, werde ich ihm etwas nehmen. Etwas, das ihm sehr, sehr lieb ist. Oh je. Ich habe also einen Schlüssel zur Unterwelt. Aber wo soll ich ihn verwenden? Vielleicht sollte ich mich erstmal ausruhen, bevor ich die nächsten Schritte plane. Oh nein. Was passiert mit meinem Arm? Okay. Jetzt habe ich wirklich ein Problem. Yep. Das soll wohl heißen, bringen wir das Ankh oder ich trete dir den Arsch. Ja, das durfte... Mein heel Speaker. Ja. Ja. Danger.